Liebe Kunden, Partner und Interessenten, auch dieses Jahr möchten wir uns im Namen von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Firma JKS Engineering in uns gesetzt zu vertrauen, recht herzlich bedanken. Wir haben dieses Jahr wieder einmal die Möglichkeit gehabt, uns ein profondes Know-how in verschiedenen Projekten an den Beweis zu stellen. Für die kommenden Verkürtung wünschen wir Ihnen und Ihren Angehörigen schöne und vor allem besiedelte Festtage und freuen uns auf das kommende Jahr 2020. Und auch wir aus dem WECO-Office und in Namen von allen Mitarbeitern der JKS Engineering möchten wir uns herzlich für die Zusammenarbeit bedanken und wünschen auch allen schönen Weihnachten. Auch ich von der Marfox AG darf mich anschliessen und wünsche alles Gute für die Festtage und alles Gute im neuen Jahr. Herzlichen Dank auch von unserer Seite, von der Firma Neumann AG, für die lässige Zusammenarbeit, die wir haben dieses Jahr mit Ihnen und wir wünschen euch alles Gute und alles Gute für das kommende Jahr. Und ich finde es krass, wir sehen, dass unser Team gelachsen ist. Ich möchte einfach allen Mitarbeitern bedanken, dass sie so die Ankräfte beizogen haben, bei der Neumann, bei der Naprox, bei der JKS. Und wir sind auf einem guten Weg miteinander und machen weiter. Und natürlich euch allen Kunden danken wir vielmals und wünschen euch wirklich mega schöne Festtage jetzt, gute Erholung und wir freuen uns mit euch auf ein spannendes 2020. Merry Christmas! Musik